So Leute, Lucky will auch nicht immer laufen, komm, komm auf, komm, nein, er legt sich dann immer hin und dann geht es immer, also das hat er das jetzt erst einmal gemacht, komm her, komm super, komm her, fein, super, ich will den aber halt auch nicht rumziehen, wenn der jetzt dann irgendwann ganz stehen bleibt, dann reg ich einfach um. Und wir sind auch schon anderen Hunden begegnet und Lucy und Lucky reagieren nicht so gut auf fremde Hunde und ja, Luna kackt und ja, sie reagieren nicht so gut auf Hunde, aber es hat ganz gut geklappt, also ich habe die Luna hinsetzen lassen, frei und die Lucy und den Lucky genommen, also haben Geschirr jeweils festgehalten und beim einen Hund haben sie ein bisschen rumgehört, knurrt, gebellt, aber beim anderen ging es super, da waren die beide ganz still und das war ganz gut, das hat richtig gut geklappt, ja, gab keine Komplikationen und der, ja, die Luna ist ganz froh, dass wir jetzt mal ein bisschen laufen und ich denke, der Lucky ist auch ganz froh, der Lucky ist übrigens ohne kastriert und trotzdem hat er nicht so gut das auch, komm, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, komm Lucky, auf, fein, Dingo, ich denke die ganze Zeit wird Dingo, aber nein, ähm, halt irgendeine Rasse, die halt voll stur ist und so. Ja, und natürlich, wenn ein Hund kommt oder so, muss ich halt die Kamera ausmachen, weil ich meine, wie soll ich das bitte mit drei Hunden machen und ihr kennt ja die, oder ihr kennt vielleicht auch nicht, die All About Honor, das ist übrigens schon abends, weil wir laufen immer jetzt abends und morgens, dass es dann nicht so kalt, äh, so heiß ist und die hat halt sieben Hunde oder sechs, es sind ja auch ein paar gestorben und sie wird halt immer gefragt, ja, zeig uns doch mal, wenn du Gassi gehst, also ich weiß auch nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie sie das dann machen soll, ähm, ja, eigentlich wollte ich erst nicht die Kamera mitnehmen, aber ich meine, im Prinzip habe ich ja eigentlich nur ein scharfes Auge und den Lucky an der Leine, auf den ich, und, aber als ich halt drei Hunde an der Leine hatte, ging das natürlich gar nicht, ähm, mit der Kamera und den drei Hunden, also das ging gar nicht. Ich hatte in der einen Hund Luna und Lucy, in der einen Hand und in der anderen Hand Lucky und, ja, hier ist unser schöner Trainingsberg. Und da ist die Luni! Und ich hoffe, dass sie vorne an der Wiese spielen. Wir gucken dann mal, vielleicht mache ich auch, bestimmt überlege, die zwei Leinen von Luna und Lucy zusammenzuhängen und das dann hinterher schleifen zu lassen an der Wiese, weil eigentlich will ich ihn nicht die ganze Zeit an der Leine lassen, aber ich habe Angst, dass er dann wieder zurückrennt. Kann natürlich auch passieren, aber, ja, wir gucken dann mal. Ja, Luna will halt spielen. Keiner spielt mit ihr. Luna! Luna, komm her! Oh, Lucy, komm her! Lucy! Lucy! Hey! Hey! Hey, Lucy! Hey, Lucy! Lucy, aber her! Lucy, aber her! Schau, hör auf! Der arme Lucky, echt. Lacky! Lucy, komm! Luna ist ausgefetzt. Lacky! 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 Komm weiter! Was willst du denn, Rob Herr? Die spielt nicht mit dir, mein Gott. Sie will aber, sie hat Angst. Luna, Mann! Dann gewöhnt sie sich dran. Die spielt nicht mit dir, mein Gott. Die spielt nicht mit dir, mein Gott. Die spielt nicht mit dir. Die spielt nicht mit dir, mein Gott. 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 thest came, mein Gott, wie in God. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.